Boah, fangt er mit EZ an. Ach, das wurde mal... ... gemeint, dass man das nicht mehr schreiben kann. Ja, das hältst du, kann man wieder. Stimmt. Ah, Techno, das ist meine Map. Ich liebe Techno. Der ist Techno, die Web. Nö, weil ich nicht meine Musik. Ach so, ich hab die ausgestellt. Ich liebe die Musik, das voll geil. Disco. Dancing. Dancing, Disco. Disco. La Cola. La Cola. Disco. Ich hab kein Musik, oder was? Hi. Hi. Hi, to, hi. Da geht, da geht, da geht. Dexie. To the sky. Feuer sei la Banda. Mach Beine auseinander. Mach Beine wieder zu. Und raus bist du. Ah, schön. Krone geholt, Lukas? Nee. Ganz belastende Sachen. Oh nein, fuck! Ich wollte eigentlich Marius, ich glaub es war Marius, in den Ball reinrammen, bin dann aber selbst von Marius so abgebrannt, dass ich nicht mal gegen den Ball gekrampt bin. Voll ganz ein bisschen unglücklich. Ähm, äh, also, äh, 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 ich hatte heute mal ausnahmsweise kein dünnes Eis, das hat mich sehr glücklich gemacht. Ich heute nur. Aber ich hatte, äh, äh, zwei oder dreimal Rollfeld, zweimal. Da bin ich halt einmal Zweier geworden und einmal, boah, der hat mich ganz frech, äh, der hat mich nicht mal gehalten, der hat mich, der hat sich einfach vor mich gestellt, so, dass ich da nicht rübergekommen bin. Dann bin ich runtergefallen. Das war super frech. Und dann hatte ich noch zweimal Sprungprobe, glaub ich, und da, da, äh, 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 ein bisschen unglücklich. Ich komm mit mir letztens dann auch fast gefühlt jede Runde ins Finale. Aber verkackt trotzdem. Ja, ich verliere dann auch, ich verliere dann auch gefühlt fast jede Runde ins Finale. Ja, ja, ja. Aber einmal, äh, bei Sprungprobe, äh, ich war echt gut drauf und dann hält er mich, ich wusste, dass er mich festhält. Ja, und dann, ich bin, äh, bin auf der Plattform geblieben, aber bin nicht rechtzeitig aufgestanden und der backt sich einfach da durch. Naja, hab ich auch ausgerassen. Ach. Ich glaub, das liegt aber nicht irgendwie, also ich glaub, das liegt am, am schlechten Netcode vom, vom Spiel. Boah, das liegt an uns, das wir grad verlieren. Ähm. Ich glaube, bei sich ist er nie irgendwo gegengelaufen, sondern einfach nur durch, durch die Internetübertragung, wie sah das so aus, als ob er sich durchgebackt hätte. Auch in dem Moment nervt es halt, ne? Ja, das, das sieht nur so aus. Aber ja, es ist, es ist, es ist nervig. Aber ich probiere tatsächlich auch momentan, äh, ab und zu mal so ein bisschen was. Bisschen, also bei Sprungprobe oder sowas, probiere ich dann einfach mal risky auf, auf die, äh, auf eine verwillige Plattform zu, zu springen, sodass ich dann halt wenig, mit weniger Leuten da... Boah, nice. Boah, nice. Ja. Boah, du Seifu. Sowas halt, äh, oder auch mit, mit, äh, Hämmern oder sowas. Ja. Hat's schon mal, hat's schon mal den, äh, Hammer bei, bei Ritterparcours und zwar, ähm... links und rechts da wo man über diese diese rollen da springt ja quasi das bin ich immer so gut reingesprungen aber ich lande immer genauso millimeter dass das entweder in den löchern von dieser plattform oder dass er dass diese diese bürste mich da noch erwischt und runterhaut das ist nicht geschafft also einmal ich habe das die zehnmal probiert oder so was aber was mich momentan voll abfuckt ist türenlauf ich fliege so oft bei türen laufen letzter zeit raus das ist unfassbar ich habe einfach ich habe einfach kein glück mehr dabei beim bei dieser bei dieser meute ich werde immer so geblockt dass ich nicht durch diese meute und dann durch die tür komme ich fliegt da so oft aus es ist total belastend was soll zu sein ich kann nicht mehr nein wenn man das lustige letztendlich passiert ach so abschwanzen aber nicht finale sondern normal auf jeden fall hat es dann geklingelt post kam oder so und ich musste halt schnell aufstehen und nach sich hätte voll verloren geht dann ganz genüsslich so wieder hier hin und war nur zwei sekunden genau in dem moment kommt er neben mir ich drücke er zwei und war dann durch das ist das neue taktik einfach zur türen so bis auf und sie wird sich gerade auch mal leute was los und ist ja nie konnte er muss das sie die krone auch verdienen achten ist die kronen die 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 glöckchen die müssen uns ja verdienen so dann mir liegt nicht ich rede nicht ja du hast ja so einen schönen ans war sammarsch machen danach wir können jetzt nicht mit niederlage ja muss keine parade von daniel belastend du kannst es schon mal bestellen war es ich weiß noch nicht ach so ich habe gehört du hast bock auf einen burger ne ich habe gehört du hast bock auf einen dörner ne dörnerpizza vom bahnhof ne ich habe es Ah, was für ein Fallrückzieher. Geht nicht. Oh, sorry. Ich wollte eigentlich den Ball treffen. Schön, Daniel. Ist das noch drin hier alles? Ah, ist noch drin. Ist noch drin. Ist offensiv, weil der schon in die Mitte kam. Aber, hast du? Danke. Ah, dann quätschst du wieder den. Shit. Klar wird nett, Gegner. Oh, yes. Oh, dann fährt der Foto. Scheiße. Ich will mich zerstören. Wecken! Oh, dumm. Hätt ich. Uhuhuhu. Sorry. War gut, danke. Ah, nein. Da ist alles drin. Ah, Gnarf. Schön. Ah, Mann. Wann wird der nicht mal in deren Hälfte geblockt. Ach, was denn hier los? Was denn hier los? Was denn los? Ja. Danke. Oh, nein. Oh, nein. Oh, nein. Scheiße. Nein. Daniel, Daniel, na. Ah, rückwärts. Ah, der rückwärtsgang Daniel. Ja, der läuft immer. Hast auch einen Rückspiegel geschaut? Nö. Braucht nicht wirklich die Beikamera, ne? Ah, Scheißen, Dreck. Da wird noch alles drin. Ach, wie frech! Hast du meinen Freund zerstört? Äh, Bure. Äh, war ja sücht gerade nett. Hm, schon da passt. Mhm, mhm. Hat der Schuss? Die sind sehr offensiv, die Boys. Eigentlich müssten die doch zu knacken sein. Aber ist noch alles drin. Ja, ach. Damit hab ich nicht gerechnet. Scheißen, Dreck. So, schaffen wir. Ist noch alles drin. Guck. Guck, 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 guck doch, guck doch. Jawoll. Geht doch, geht doch. Boah. Ah. Ah. Schön die Moral gebrauchen. Sofort direkt nach dem Pferd. Guck, guck, die sind schon ganz, ganz verwirrt, ja, hier. Ich hab auch. Ja, ich hab auch. Nein. Ich geh rauf. Okay. Bin extra vorbeigesprungen. Nein. Alter, wir fielen. Oh, sorry. Kein Ding. Ah, schade. Das wär nice gewesen. Ups. Scheiße, 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 Leute, in Ordnung. Ah, ha. Verpiss dich. Ach, Verlängerung. Jetzt. Okay, alles drin, alles drin. Alles ist drin. Alles ist drin. Zumindest gebloggert. Ups. Wie frech. Oh, ja, er bringt ihn. Ja, nein. Scheiße. Ja, hast du. Scheiße. Nein. Nein, jetzt schieße Weg. Alles gut. Den rausbekommen. Ah, scheiße. Nein, 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 nein. Nee. Ich bin Pfosten hochgefahren. Einer von euch. Ich hab überhaupt keinen Boost in den Poor. Auch keinen Boost gerade. Oh, ja. Oh, ja. Ach, der muss. Alles gut. Alles gut. Ach. Geil. Oh, der wär jetzt nice gewesen, wenn ich hier nicht in der Ecke... ...gesperrt mehr. Nein! Nein! Ja, der ist sehr gut. Hupsss. Oh, 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 oh. Schön. Oh, ja. Ja. Oh ja! Nein! 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 Ja, schön! Aber ich! Aber ich! Nein! Bann wieder. Der. Blocked. 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 Nein! 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 Nicht mit mir! Ich lass mir jetzt mal Ruhe hier. Ein bisschen Zeit, ja. Kannst hier den Blusor mitnehmen. Jetzt kommt langsam einer. Oh, stark! Yeah! Ich dachte, ich halte ihn! Wuhh! Oh, das war intensiv jetzt hier. Oh! Hey, 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 hey! 44 64 64 60 61 Vielen Dank.